Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche euch. So, heute müssen wir da den Drescher entleeren. Der ist schon wieder voll. Und ja, wer bestimmt wahrscheinlich schon mitgekommen ist, haben wir ja das Strohbeigungs-Eton jetzt gekriegt. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, Plettierer. Ja, und das werden wir jetzt einmal schauen, ob wir da zur Verfügung gestellt bekommen vom Hersteller. Oder ob wir das einmal auslegen können und da müssen wir mal schauen, wo Platz dafür ist. Weil ich gerade da irgendwo gesehen habe, was... Ah, da, ich hoffe, es hat euch die Timelapse gefallen. Und ja, das war halt schön, wenn ihr mir das einmal in die Kommentare schreibt. Und jetzt müssen wir das einmal fressen gehen oder aufsammeln. Das ist ein schöner Unimog-Sound. So, das stellen wir einmal da her. Und jetzt schauen wir einmal, was das kostet. Hm, wo ist denn das jetzt? Und zwar Palnte. Uiuiui. Was kostet denn die Mieter? 16.000. Fauen wir noch ein. Ah, die kann ja das nicht, die brauchte ich. Die wird sagen, wir holen uns einmal die rohen Bolten. Dafür holen wir uns noch ein bisschen Geld. Ah, ja, ich glaube mir, wir machen die Mieter. Er ist schon wieder voll. Ah, er ist wieder weitergefahren. Ja, dann müssen wir einmal hinterher und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. So. So, jetzt bleibt es. Weit weg. So. Ah, jetzt bleibt es bitte stehen, damit man die abtanken kann. Dann bleibt es stehen. So. Mal den da herstellen. Der Abtank. Und ja. So. Der ist eh grotto. Jetzt werden wir mit denen einmal fahren, mit den Fue schon da. So. Und dann geht schon. Okay, sie ist auch nicht. Und dann geht schon. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Das ist mein Vorhaben. Komm mal das schon zusammen. Tinkt den Sound von dem MP-Attack. Guck mal. Guck mal. Ah. Ah, ich ziehe auch mal ein. Jetzt ist das Arsch voll, jetzt ist das gleich zum Aufmachen, schauen wie der ausschaut. Jo, das ist ja schon mal ein richtiger Fall. Jetzt ist das Arsch. Jetzt ist das Arsch. Arsch voll, jetzt zum Aufmachen, weiter geht's. Jo. Jetzt war ich damit vorige Woche kein Video bekommen, aber habe ich leider keine Zeit gehabt, um das anders zu machen. Und jetzt haben wir die Woche wieder was. Und dann gehen wir nochmal weiter. So, jetzt muss ich kurz vorschauen. Ah, das geht's. Oh, dann gehen wir wieder zum. Dann geht's wieder weiter. Oh, jetzt ist der Arsch wieder voll. Dann gehen wir wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich das gesehen habe oder ob das erst kommt, die Modvorstellung von dem Spoiler. Ich hoffe, das wird euch auch gefallen oder hat es euch schon gefallen. Also, ich weiß noch nicht, ob ich das gesehen habe. So Oh! Maschion 6-point Oh! Eeeh! A bissu da! Ma sind weinchen? Ah, mir geht der Ochtung aus! Ah, sehr bien! Aber, das werden wir alle schön weg haben! Oh, das hat das schön gebraucht! Einlagern. Können schon mal weiter was nutzt. Ah wie schaut's denn? Ah da. Das war jetzt vergessen. Der ist jetzt dort. Halt reinhauen. So, dann hab ich bisschen da den Faden nochmal und hab bisschen den Rest absammeln und das ist dann eigentlich wieder ganz fertig. So, ich hab grad voll gesagt und dann ist der andere Reitrecher auch schon wieder fertig. So, danke für die Arbeit. Er ist auch fertig, dann können wir da gleich, was kostet denn jetzt die Presse? Naja, das wollte ich jetzt nicht. Ja, muss ich da nochmal schauen. Machen wir einmal das fertig. Machen wir die Ball. Okay. Ja, 10 Pollen sind auch ausgegangen da. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne den Like da. Ich freu es euch noch nicht, abonniert habt. Ihr könnt es gerne abonnieren. Und ja, ich freu es euch, ihr wollt es in die Kommentare schreiben, ihr könnt es auch schreiben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.